Das ist wirklich diese Band. Du kannst meine Schrift nicht lesen? Janina konnte es. Deswegen, es gab ja eine Punkteverteilung und so weiter und so fort, deswegen machen wir auch jetzt nicht von 3, 2, 1 und so, weil das ist ja blöd, weil es gibt halt leider bei solchen Contests nur ein Sieger und deswegen freue ich mich auch mit ein bisschen Tränen in den Augen, muss ich sagen, dass bei Energy in the Park 2014 eine Band spielt, die sehr, sehr viel Herz hat und die sehr, sehr coole Songwriting am Start hatte und deswegen geht Platz 1 an ON A SUNDAY! Gut, um zu sehen, ist das die Nächste. Sehr gut! Es war eine klare Wahl auf der Nase und ist nicht ganz schwach. Eine DDR-Parte war der Seger, ich war ein Ulrich-S grand, um mich selbst in den Augen zu verreden. Alle rüber, wirultystenенд .... Es war schön, dass ihr da war. Es hat uns wirklich gefreut. Ich hoffe, ihr kommt im nächsten Jahr wieder. Einfach so, weil es euch gefallen hat. Einfach so, dass ihr uns wiedersehen müsst. Ja, Olazande, wir, wir, also ich, du und du und du und du. Nächstes Jahr bei Energy in the Park, glaube ich. Ja! Klangrutsch Olazande! Dankeschön an die Jury. Dankeschön an Julian von Ingeburse. Dankeschön an Finn Martin, dass er sich die wirklich wenige Zeit vom Mond abgespart hat. Dankeschön an Janina und an Daniel aus der Energy Musik Redaktion. Herra Brüßig ist auch mit dabei gewesen, dass er verbringt. Siegerfoto. Achtung! So, jetzt muss ich auch noch mitmachen, was? Kommt kurz nach Hause, Freunde. Schön, dass ihr da wart.